Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute mit einem heiß gemacht auf Terminus. Terminus ist ein Kennerspiel von Inside Up, ein Kickstarter, der vor kurzem ausgeliefert wurde oder jetzt gerade ausgeliefert wird. Und das Spiel wird demnächst auf Deutsch erscheinen. Ich habe hier ein englisches Vorabexemplar bekommen. Das heißt, alles, was ihr hier an Material seht, sind Prototypen-Materialien. Das Ganze wird in der finalen Version noch ein bisschen anders aussehen, aber grundsätzlich reicht es, um euch ein Bild zu geben, was dieses Spiel kann, was dieses Spiel nicht kann und worauf ihr euch bei diesem Spiel freuen könnt. Ja, ich möchte euch ganz gern ein bisschen heiß machen und damit starten wir dann mit einer kleinen Übersicht, was man bei dem Spiel eigentlich alles so macht und worum es in dem Spiel geht. In Terminus versuchen die Spieler möglichst geschickt ihr U-Bahn-Netz auszubauen. Sie wollen die Projektkarten erfüllen, sie wollen ihre Agenden erfüllen und sie wollen die Upgrade-Teile möglichst geschickt platzieren, um möglichst viele Stationen an Upgrade-Teilen zu haben. Zusätzlich werden Demand-Tokens gesammelt, um viele Siegpunkte zu generieren. In einem Rundell-Mechanismus können verschiedene Aktionen gemacht werden, die helfen, das U-Bahn-Netz auszubauen. Man muss sich Rohstoffe kaufen, man muss sich seine Schienen kaufen, die man dann später aufs Bord platziert, man muss seine Stationen freischalten, man kann neue Technologien sammeln oder man kann neue Aktionen aufs Bord legen, die einem stärkere Aktionen geben. Weiterhin muss man sich entscheiden, welche Lobbyisten man auf welche Projektkarten legt, um am Ende möglichst viele Siegpunkte abzustauben. Das Ganze geht drei Jahre, jedes Jahr hat drei Runden auf dem Rundell und wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, hat gewonnen. Das waren so die groben Abläufe zu Terminus und jetzt erzähle ich euch so ein bisschen, wie mir das Spiel eigentlich gefallen hat, beziehungsweise wo ich so die Vor- und Nachteile bei dem Spiel sehe. Also man muss sagen, Terminus ist wirklich ein sehr knackiges Eurogame. Es ist sehr sequenziell. Wir sind auf diesem Rundell ja unterwegs, um die verschiedenen Aktionen zu machen und wir müssen verschiedene Dinge quasi abarbeiten. Wir müssen uns bestimmte Ressourcen holen, um die Bauaktion durchführen zu können. Wir müssen uns bestimmte Anzahl von Schienen holen, um dann Schienen bauen zu können. Wir müssen unsere Stationen freischalten. Wir können uns noch Technologien holen und wir können uns natürlich noch neue Upgrade-Teile holen, die uns stärkere Aktionen bringen und vor allen Dingen auch die Aktionen so ein bisschen verlagern. Und das Ganze ist aber dann tatsächlich sehr sequenziell. Wir müssen das so Schritt für Schritt abarbeiten und da jedes Jahr ja quasi drei Rundellrunden hat, müssen wir auch aufpassen, dass wir ja möglichst dann auch irgendwie in jedem Jahr eine große Bauaktion durchführen können, weil die Stationen, die wir dann aufs Board legen, die schalten nur wiederum einkommenfrei und Geld ist dann doch relativ knapp bei dem Spiel. Wenn man das tatsächlich so sehr sequenziell spielt und die Upgrade-Teile ein bisschen vernachlässigt, finde ich, muss ich sagen, ist schwierig. Aber gerade diese Upgrade-Teile, bei denen man ja die verschiedensten Aktionen, die dann so ein bisschen stärker sind als die Standard-Aktionen, aufs Board platziert und diese dann machen kann und vor allen Dingen, man kann sich ja auch mit, man kann sich mit diesen Lobbyisten auch auf Upgrade-Teile von anderen Spielern ja reinzecken sozusagen und diese Aktionen hat man dann auch zur Verfügung. Das macht es extrem, ja, das bricht so ein bisschen diese Sequenzielle auf, weil wir dann doch verschiedene Aktionen auf verschiedenen Aktionsfeldern haben, auf denen wir sie bei den Standard-Aktionen nicht haben. Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, bei der Standard-Bauen, bei dem Standard-Bauen-Feld bin, dann kann ich da plötzlich auch was ganz anderes machen, was ich eigentlich nur machen kann, wenn ich irgendwie an der Technologie-Aktion bin. Das ist schon ziemlich cool und so kann man sich ja die verschiedensten Aktionen und ja dieses zusammenbauen und dieses Sequenzielle ein bisschen aufbrechen, das mag ich sehr. Tatsächlich ist es aber sehr knackig am Anfang, also ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten in der ersten Partie auch in der ersten Runde zu bauen, weil ja irgendwie, als ich dann auf dem Bauenfeld war, dass ich so, oh shit, jetzt habe ich doch irgendwie wieder was vergessen, was ich machen musste. Da habe ich dann ja zum Beispiel meine Stationen hier irgendwie nicht freischalten können und das fehlte mir dann und ja theoretisch muss man in der ersten Runde halt darauf achten, ja okay, ich brauche die eine Aktionsstation quasi, um meine Stationen hier freizuschalten. Ich brauche sie aber auch, um diese Bauresourcen mir zu holen und ich brauche sie theoretisch auch noch, wobei es gibt noch eine zweite Station, wo man das machen kann, um meine Schienen zu kaufen. Also habe ich auf jeden Fall schon mal zwei Runden, muss ich mich darauf vorbereiten, was zu bauen und in der dritten Runde kann ich es dann bauen und ja, wenn man das dann nicht ganz genau einhält, dann steht man einfach ziemlich dumm da und ja, hat keine Chance. Dann, was ich noch sagen muss, im Zweispielerspiel gibt es ein Bot, also man kann das wirklich nicht so toll zu zweispielen. Es gibt so Karten, die sagen, wo ein neutraler Spieler bauen kann. Das ist tatsächlich relativ einfach zu handeln, aber es ist einfach nicht das Gleiche, als wenn man das mit drei Spielern spielt. Dieser Bot ersetzt dann zwar so ein bisschen dieses, ja wie er das Feld ändert, die Feldgröße ändert sich nicht, aber es sind dann noch Schienen von dem neutralen Spieler da und es ersetzt so ein bisschen auch den Markt, die Marktfunktion, beziehungsweise Angebot und Nachfrage, weil jedes Mal, wenn man auf dem, auf einem Aktionsfeld des Bots landet, dann muss man noch ein Geld zahlen. Das ist halt im Dreispieler- und Vierspielerspiel nicht so, wenn man nur mit menschlichen Spielern spielt. Ja, fand ich ein bisschen umständlich, deswegen würde ich es lieber zu dritt und zu viert spielen, zu zweit kann ich es nicht so empfehlen. Dann fand, also es ist einfach ziemlich schwierig, finde ich. Es ist tatsächlich, ich glaube, man kann damit ein bisschen Optimierung extremst viel rausholen, also es ist so ein bisschen dieses Easy-to-Learn-Hartor-Master, die Regelerklärung ist auch wirklich nicht so umfangreich. Ich habe auch eine Regelerklärung gemacht, die kommt dann zu gegebener Zeit dann noch raus, wenn das Spiel dann auf Deutsch draußen ist. Und ja, muss ich sagen, also es ist wirklich tatsächlich relativ knackig. Ich habe Schwierigkeiten gehabt bei jeder Partie, ich habe es dreimal gespielt, bei jeder Partie diese Agenten zu erfüllen, die ich auf der Hand habe. Das sind dann so kleine Karten, bei denen man einfach ein bestimmtes Ziel erreichen muss. Ich habe die teilweise erreicht, aber dann auch immer nur den ersten Schritt. Und bei den Projektkarten muss ich sagen, das bezieht sich dann immer aufs ganze Board und dann muss man irgendwie bestimmte Sektoren mit, ja, bestimmten Stationen irgendwie belegt haben und das finde ich extremst schwierig, da über das erste Level hinaus zu gehen. Also, und geschweige denn, das mit zwei oder drei Projektkarten zu machen. Bei drei Spielern liegen drei Projektkarten da und ja, mega schwierig. Dann hatte ich noch das Gefühl, dass es sehr stark ist, die Demand Tokens zu sammeln. Also, es gibt auf jedem Upgrade-Teil, man kann hier so Upgrade-Teile bauen, die kann man aufs Board legen und dann hat man einfach eine etwas stärkere Aktion. Ja, da gibt es dann immer diese kleinen Demand Tokens und die sagen einem, in welchem Stadtteil die Menschen eigentlich auch gerne eine Station hätten. Und wenn man das hat, dann kann man sich dieses Upgrade-Teil über eine Aktion holen und ja, da möchte man möglichst viele von sammeln und die bringen dann am Ende Punkte. Und ich fand das sehr stark. Also, wir hatten dann auch einen Spieler, der in einer Partie dann tatsächlich diese fünf Upgrade-Teile davor gemacht hat und das hat 25 Punkte gegeben. So viel kriege ich nicht annähernd mit einer Projektkarte. Also, das fanden wir wirklich stark. Gut, wir haben natürlich auch, wir haben ihm das machen lassen, muss man auch immer gucken. Ja, und ansonsten komplett sprachneutral, bis auf die Projektkarten und die Agenten, wo dann halt noch als Text draufsteht, was man so machen muss. Das finde ich, gefällt mir auch ganz gut. Ja, wie gesagt, von den Materialien wird sich das wahrscheinlich alles noch so ein bisschen ändern. Es bohrt hier ein bisschen, ja, klein. Man kriegt die Pipi hier alle gar nicht drauf. Und ja, ansonsten einfach ein sehr knackiges Eurogame, was sich tatsächlich ein bisschen an Pipeline erinnert, weil es wirklich wenig verzeiht. Wenn man einen Fehler gemacht hat, weil man sich zu viele Ressourcen genommen hat, zu wenig Ressourcen von irgendwas, man hat auch begrenzten Lagerplatz, dann sieht man wirklich alt aus, wenn man dann in bestimmten Momenten dann bauen möchte, aber nicht kann oder irgendwie nur ein zu wenig bauen kann. Und dann die, ja, die Interaktion auf dem Board ist auch cool, muss ich sagen. Wir hatten in einer Partie einen Spieler, der, ja, noch eine Projektkarte, der hatte sich frühzeitig auf eine Projektkarte gesetzt. Und dann weiß man natürlich auch immer schon, okay, der möchte das machen. Und dann kam, das war dann eine bestimmte Anzahl von Stationen in irgendeinem Bereich haben. Und dann haben wir, ja, irgendwie auch darauf geachtet, dass da dann nicht hinkommen kann, beziehungsweise, dass dann da nicht mehr genug Stationen übrig sind, damit man das erfüllen kann und so. Da kann man auch noch ein bisschen sich ärgern. Und da gibt es dann doch schon, ja, die ein oder andere Möglichkeit, dass man, ja, hier auf jeden Fall miteinander interagiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Und insgesamt muss ich sagen, ein sehr rundes Spiel mit einem sehr guten Flow, mit sehr kurzen Aktionen, ein sehr knackiges Spiel, wie gesagt, was wirklich wenig Fehler verzeiht. Und, ja, so ein Rondellmechanismus ist immer cool, gefällt mir, aber tatsächlich ist das so der unaufgeregteste Teil. Also, mir gefällt das Stationen bauen sehr gut, mit dem, welche Wege gehe ich, welche Stadtteile muss ich, ja, abgrasen, um meine Agenten zu erfüllen, meine Projekte zu erfüllen. Und, ja, sehr, sehr straight das Spiel. Man hat seine Aufgaben, möchte versuchen, das zu machen. Und da gibt es tatsächlich wenig Verzahnung, muss man sagen. Also, es ist sehr, sehr, ja, wie gesagt, sehr, sehr in eine Richtung, sehr klar definiert, wie man das spielen muss oder was man machen muss. Und, ja, wenig, wenig, es bleibt wenig offen. Ich weiß gar nicht, wie man das so genau beschreiben soll. Aber, ja, ich glaube, ihr habt jetzt einen ganz guten Eindruck von dem Spiel. Mir gefällt es wirklich gut. Und ich freue mich drauf, wenn dann die deutsche Version draußen ist. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen heiß gemacht auf Terminus. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und, ja, ihr müsst auf jeden Fall ein Abo dalassen auf diesem Kanal. Ich sage euch, da habt ihr die besten Brettspiel-Videos. Nein, Quatsch. Aber, ja, würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt und ein Abo dalasst und euch die Videos gefallen. Und, ja, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal guckt. Ich hätte hier zwei Vorschläge. Hier oben einmal ein gespielt-Video mit fünf Spielen, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe. Ist ein Standardformat, was es regelmäßig bei mir hier auf dem Kanal gibt. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Ist vielleicht was für euch dabei. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche, na, beim nächsten Video, würde ich sagen, wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.